Ein Glaube, der mehr sieht. 2019 kam ein Film raus, eine Dokumentation über das Leben von Toni Kroos. Im Moment scheint ja irgendwie jeder Fußballer eine Dokumentation über sich selbst zu machen. Und in dieser Dokumentation haben verschiedene Leute, die Toni Kroos in seiner Karriere begleiteten oder immer noch begleiten, versucht herauszustellen, was ihn so besonders macht. Und einer seiner Entdecker sagte, Toni Kroos ist nicht besonders schnell, er ist nicht besonders groß, aber er hat eine Fähigkeit, die nur wenige Fußballer so besitzen wie er. Und das ist seine Antizipationsfähigkeit. Das heißt, Toni Kroos hat mehr als andere, so sein Förderer, mehr als andere die Fähigkeit, Spielzüge zu antizipieren. Er sieht sie vorher schon. Er kann ein Spiel lesen. Obwohl etwas noch nicht stattgefunden hat, kann er schon vorher blicken, was gleich passieren muss, passieren kann. Glaube ist etwas sehr ähnliches. Glaube bedeutet, mehr zu sehen, nach vorne zu sehen auf Dinge, die jetzt noch nicht zu sehen sind. Und das werden wir heute in unserem Text auch sehen, dass Glaube so etwas wie eine Antizipationsfähigkeit ist. Nach vorne blicken auf Dinge, die noch nicht zu sehen sind und deswegen Entscheidungen treffen, die sich im Hier und Jetzt schon auf mein Leben auswirken. Hebräer 11 zeigt uns, dass echter, lebendiger Glaube wirklich Leben verändert. Der Glaube von Abel und Henoch führte zum Leben, das Gott gefiel. Der Glaube Noahs führte dazu, dass er auf Gottes Wort in eine Arche baute. Der Glaube Abrahams brachte ihn dazu, seine Heimat zu verlassen. Und heute kommt die nächste Berühmtheit des Alten Testaments auf uns zu, nämlich Mose. Mose ist eine ganz besondere Person. Mose ist jener Mann, über den Gott selbst gesagt hat, er ist treu in meinem ganzen Haus, mit ihm rede ich von Angesicht zu Angesicht. Sagt Gott über Mose. Mose war auch für die Juden unglaublich wichtig. Er war der Autor der Tora. Er stand sinnbildlich für das Gesetz Gottes. Und wir merken auch in den Evangelien, wie sich die hohen Priester und Schriftgelehrten immer wieder auf Mose berufen. Erfolglos, weil Jesus ihnen zeigt, dass Mose von ihm gesprochen hat. Aber sie tun es. Und die historische Situation der ersten Leser des Hebräerbriefes macht die Erwähnung von Mose hier in Hebräer 11 noch spannender. Denn sie waren ehemalige Juden, die in Christus den verheißenen Messias erkannt hatten. Sie hatten sich abgewandt von all den sichtbaren Dingen ihres alten religiösen Lebens. Sie hatten erkannt, dass sich das Alte Testament die Verheißungen in Jesus erfüllt hatten. Sie hatten verstanden, dass Jesus wirklich besser ist. Der bessere Hohepriester, das bessere Opfer, der bessere Mittler und auch der bessere Mose. Nun, wir wissen, dass die ersten Leser unter großem Druck standen. Sie wurden verfolgt, sie wurden enteignet, sie wurden ausgegrenzt, einfach nur, weil sie Christen geworden waren. Und diese Entscheidung, Christ zu werden, hatte sie unglaublich viel gekostet. Und jetzt war die Versuchung natürlich groß, einfach wieder zurückzugehen. Einfach wieder zurückgehen. Den ganzen Stress loswerden. Keine Verfolgung mehr. Keine Enteignung mehr. Endlich wieder einen Namen haben in der Stadt. Und deshalb finden wir im Hebräerbrief immer wieder so starke Appelle des Autors, durch die er seine Leser ermutigen will, an Jesus festzuhalten, an dem Bekenntnis zu ihm. Und in Hebräer 11 geht der Autor das gesamte Alttestament durch und zeigt seinen Lesern und uns, dass die Gläubigen des Alten Testaments genau wie wir im Glauben an den unsichtbaren Gott und seine Verheißungen gelebt haben. Und unter anderem wird halt Mose als Beispiel gebracht. Dieser große Mose lebte auf Grundlage des Glaubens an Gott. Und wenn wir uns diesen Text gleich mal länger ansehen, bemerken wir schnell ein paar Dinge. Und ich möchte den einmal für uns lesen Hebräer 11, 23 bis 28. Und weil ihr gleich etwas länger sitzen werdet, will ich euch einladen, dazu einmal aufzustehen. Hebräer 11, 23 bis 28. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt drei Monate von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, dass das Kind schön war und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, einen Sohn der Tochter Pharaos zu heißen und zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. Indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Durch Glauben hat er das Passa gefeiert und die Bestreichung mit Blut ausgeführt, damit der Verderber der Erstgeburt sie nicht antastete. Amen. Nehmt gerne Platz. Das ist Gottes lebendiges Wort. Möge er seine Wahrheit auf unsere Herzen schreiben. Wenn du dir diesen Text etwas länger anschaust, wirst du zwei Dinge schnell merken. Erstens, dieser Text ist voll von sehr mutigen, teilweise sehr riskanten Entscheidungen. Das zweite, was auffällt, ist, in fast allen Teilen des Textes sehen wir, wie Menschen durch den Glauben etwas sehen, was andere eben nicht sehen, was aber ihr Leben komplett verändert. Sie sehen weiter, sie sehen mehr. Und das passt natürlich zu dem, wie der Autor Glauben selbst definiert hat am Anfang von Hebräer 11, als Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Beleg von Dingen, die man nicht sieht. Glauben bedeutet, jetzt schon zu sehen, zu schmecken und zu ergreifen, was Gott mir eines Tages schenken wird. Und das hat natürlich große Auswirkungen auf mein Leben im Hier und Jetzt. Und bei Mose und seinen Eltern treffen wir auf einen Glauben, der mehr sieht als das, was wir mit unseren biologischen Augen wahrnehmen. Es ist ein Glaube, der dich und mich im Himmel verankert, in der Ewigkeit verankert. Und wir lernen, wozu so ein Glaube führt. Und das Erste sind mutige Schritte. Unser Leben ist voller Entscheidungen. Unser Leben ist gewissermaßen eine Serie von Entscheidungen, die wir treffen. Pro Tag treffen wir ungefähr im Durchschnitt 70 bewusste Entscheidungen. 70 bewusste Entscheidungen, von denen die meisten natürlich keine große Bedeutung für den Rest unseres Lebens haben. Es gibt aber auch immer wieder Momente, in denen wir vor Entscheidungen stehen, die riesige Relevanz dafür haben, wie unser Leben weiter verlaufen wird. Es sind Momente, die alles andere beeinflussen. Napoleon soll einmal gesagt haben, dass die großen Kriege innerhalb von 10 bis 12 Minuten entschieden werden. 10 bis 12 Minuten, in denen Entscheidungen getroffen werden, die den Rest des Krieges beeinflussen. Und solche Entscheidungen gibt es auch in deinem und meinem Leben. Es gibt diese Momente, die alles entscheidend sind. Wenn wir wichtige Entscheidungen zu treffen haben, stehen wir fast automatisch auch vor wichtigen Fragen. Welche Faktoren haben für meine Entscheidung die größte Bedeutung? Wovon lasse ich mich in meiner Entscheidungsfindung leiten? Welche Ziele haben für mich Priorität? In unserem Text treffen wir auf Menschen, die sehr mutige und sehr riskante Entscheidungen getroffen haben. Und die erste Person, die uns in unserem Text begegnet, ist nicht Mose, sondern seine Eltern. Über die wir in Vers 23 lesen, durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, dass das Kind schön war und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Mose wurde in eine heftige Krisensituation hineingeboren. Das Volk Israel wurde immer größer und der Pharao bekam Angst und gab dem Befehl raus, alle männlichen Nachkommen sollten getötet werden. Moses Eltern entschieden sich, diesen Befehl zu ignorieren. Kurz zur Erklärung, der Begriff schön bezieht sich nicht auf das äußere Erscheinungsbild dieses Babys. Welche Eltern finden ihr Kind nicht schön? Das ist ja nicht etwas, was man dem Glauben tut. Hoffentlich nicht. Ja, sondern darum geht es nicht. Und der Begriff schön steht für, dieses Kind war besonders. Es war von besonderer Bedeutung. Die Eltern müssen also irgendwie im Glauben erkannt haben, dass dieses Kind ein ganz besonderes Kind ist mit einer ganz besonderen Berufung. Sie erkannten das im Glauben. Und etwas sehr ähnliches lesen wir dann auch über Mose in Vers 27. Ich glaube, dass wir diese beiden Verse thematisch zusammenfassen können. In Vers 27 heißt es über Mose, durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Das bezieht sich auf die Zeit, wo Mose Ägypten verlässt, also wahrscheinlich auf den Exodus. Also was haben wir? Wir haben zwei unterschiedliche Situationen, in denen Menschen Entscheidungen treffen mussten. Moses Eltern mussten sich entscheiden, ob sie dem Befehl des Königs gehorchen oder nicht. Mose musste sich entscheiden, ob er sich von der Wut des Königs beeinflussen lässt oder nicht. Zwei Krisensituationen, in denen Menschen sich entscheiden mussten, wovon sie ihren weiteren Weg abhängig machen sollten. Und beide, Moses Eltern als auch Mose, sie trafen unglaublich mutige Entscheidungen. Moses Eltern riskierten ihr Leben. Sie riskierten ihr Leben, indem sie den Befehl des Pharaos ignorierten. Mose riskierte sein Leben, indem er Ägypten verließ, gemeinsam mit Israel, obwohl er damit rechnen musste, dass der Pharao, der damals mächtigste Mann mit der größten Armee, ihm nachjagen würde. Und was war ihre Motivation für diese mutigen Entscheidungen? Schaut mal, was wir hier lesen. Moses Eltern fürchteten nicht das Gebot des Königs und verbergen ihren Sohn. Jetzt kommt Vers 23, weil sie sahen, dass das Kind schön war, bedeutet, weil sie dessen besondere Berufung erkannt hatten. Sie hatten verstanden, das hier ist kein normales Kind. Dieses Kind hat eine riesige Bedeutung für Gott und für Israel. Und genauso lesen wir bei Mose. Mose fürchtet nicht die Wut des Königs und verlässt Ägypten. Und dann steht in Vers 27, denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Bedeutet, er richtet sich konsequent auf den unsichtbaren Gott aus. Deswegen hielt er standhaft aus. Also was Moses Eltern die Kraft gab, in dieser Situation so riskant zu handeln, so mutig, war ihr Glaube. Im Glauben klammerten sie sich daran fest, dass ihr Kind eine große Berufung von Gott hatte, nämlich Israel aus der Sklaverei zu führen. Was Mose wiederum die Kraft gab, um in seiner Krisensituation standhaft zu bleiben, war der Blick auf den unsichtbaren Gott. Beide trafen diese Entscheidung auf der Grundlage ihres Glaubens. Und ich denke, die Botschaft für dich und mich ist ziemlich klar, oder? Wir werden als Kinder Gottes in Krisensituationen kommen. Es sind Krisensituationen, die nicht mal so dramatisch aussehen müssen wie die hier. Aber es sind Krisensituationen, weil es darauf ankommen wird, welche Faktoren für die Entscheidungen, die wir treffen, ausschlaggebend sind. Für Mose und seine Eltern waren zwei Faktoren ausschlaggebend. Gottes Berufung für ihr Leben und Gott selbst. Mose und auch seine Eltern lebten im Bewusstsein, dass da ein unsichtbarer König ist, der größer ist als der sichtbare Pharao. Und der Text fordert dich und mich heraus, indem er uns sagt, du hast einen unsichtbaren König, dem du gehörst, vor dem du lebst und der dir die Berufung deines Lebens mitgeteilt hat. Triff deine Entscheidungen immer vor dem Hintergrund dieser Wahrheit. Und jetzt frag dich mal selbst, welche Entscheidungen stehen bei dir in nächster Zeit an? Welche Entscheidungen hast du in letzter Zeit getroffen? Und hier die Frage unseres Textes. Was sind oder waren die wichtigsten Faktoren bei diesen Entscheidungen? Wer oder was ist der König, der Pharao, der dir vor Augen steht und auf den du hörst? Was ist die Vision, die dich antreibt? Das ist herausfordernd. Warum? Weil ich glaube, dass es eine ganze Reihe an Königen gibt, die Anspruch auf den Thron unseres Herzens erheben. Es gibt Pharaonen, auf die wir hören könnten. Es kann unser Herz sein, unsere Gefühle, unsere persönlichen Träume, andere Personen und deren Meinung. Es können irgendwelche säkularen Lebensentwürfe sein. Ja, werde die beste Version deiner selbst. Mach das, was dich glücklich macht. Von Mose und seinen Eltern lernen wir Folgendes, wenn er mal die nächste Folie anschaltet. Es gibt etwas, was größer und wichtiger und besser ist als meine Träume, meine Ziele, meine Wünsche für mein Leben. Und das ist Gottes Berufung für mein Leben. Es gibt jemanden, der größere Autorität für mich hat als Meinungen anderer Menschen, meine eigene Einschätzung oder meine Gefühle. Und das ist mein unsichtbarer König. Für mich als Kind Gottes sind das die wichtigsten Faktoren in all meinen Entscheidungen. Transportieren die Entscheidungen, die ich treffe oder schon getroffen habe in meinem Leben, diese klare Botschaft. Da ist ein großer Gott, dem ich gehöre und eine große Berufung, für die ich lebe. Da ist ein großer Gott, dem ich gehöre und eine große Berufung, für die ich lebe. Nun, jetzt fragst du dich vielleicht, okay, was ist denn die Berufung meines Lebens, Rudi? Nee, dankbar, dass du diese Frage stellst. Wir haben vor kurzem den Kolosserbrief durchgenommen. Und da haben wir gelernt, was die Berufung unseres Lebens ist. Nämlich Christus immer mehr erkennen und Christus immer ähnlicher werden. Das ist die Berufung deines und meines Lebens. Jesus erkennen und ihm immer ähnlicher werden. Dafür pulsiert Blut in deinen Adern. Dafür. Jesus erkennen und ihn ähnlicher werden. Und warum ist das so wichtig? Wenn ich Gottes Vision für mein Leben kenne, gibt mir das eine klare Richtung für alle meine Entscheidungen, vor denen ich stehe. Denn dann kann ich bei jeder wichtigen Entscheidung, vor der ich stehe, eine ganz konkrete Frage stellen. Steht diese Entscheidung auf Kriegsfuß mit Gottes Vision für mein Leben? Dient der Weg, den ich jetzt gerade einschlage, dem großen Ziel, das Gott für mich hat, nämlich Jesus, immer ähnlicher werden? Wisst ihr, gerade junge Christen, aber nicht nur junge Christen, neigen immer dazu, diese eine Frage zu stellen, wenn sie zu mir kommen. Rudi, ist das Sünde? Das ist die niedrigste Frage, die wir stellen können. Die wichtige Frage ist, ist das, was ich tue, dient das, was ich tun will, dem Ziel Gottes für mein Leben, nämlich Jesus ähnlicher zu werden? Nein, das sollten wir fragen. Das sollten wir fragen. Bei jeder Frage unseres Lebens. Jeder wichtigen Frage zumindest. Und von Mose und seinen Eltern lernen wir, halte dir Gott selbst vor Augen in diesen entscheidenden Momenten deines Lebens. Klammer ihn nicht aus. Entscheide nicht so, als wäre er nicht da. Entscheide nicht so, als hätte er dir nicht gesagt, was die Berufung deines Lebens ist, nämlich Jesus immer ähnlicher werden. Es ist wichtiger, Gottes Berufung für mein Leben zu erfüllen, als das zu tun, was für mich angenehmer, unkomplizierter oder attraktiver scheint. Wir müssen neu lernen, als Kinder Gottes wirklich auf der Grundlage unseres Glaubens zu leben. Und das bedeutet, von diesem Text ausgehend, wir müssen lernen, Coram Deo zu leben. Wir müssen lernen, Coram Deo zu leben, vor Gott zu leben. Das bedeutet, Coram Deo zu leben, bedeutet, mein gesamtes Leben im Bewusstsein der Gegenwart Gottes zu leben. Unter seiner Autorität und zu seiner Ehre. Das ist Coram Deo. Und das müssen wir wieder neu lernen. Wir dürfen nicht so leben und wir sollen nicht so leben, als sei Gott nicht da. Als hätte er uns nicht gesagt, was die Berufung für unser Leben ist. Der Glaube, der mehr sieht, geht nicht nur mutige Schritte. Das ist das Erste, was wir jetzt gesehen haben, sondern er hält fest an Gottes Berufung und Gottes Willen für mein Leben. Und dieser Glaube, das lernen wir als Zweites jetzt, zeigt sich in überraschendem Verzicht. Das ist die nächste Folie. Überraschender Verzicht. William Borden wurde geboren in eine extrem reiche Familie Anfang des 20. Jahrhunderts. Ende des 19. Jahrhunderts. 1904 schloss er seinen Abschluss an der Highschool ab. Er war 16 und seine Eltern, die sehr reich waren, dachten, sie tun ihrem Sohn etwas Gutes und schicken ihn auf eine Weltreise. Er sollte nachher ausgebildet werden und das Unternehmen seiner Eltern übernehmen. Auf dieser Weltreise entschied sich William, Missionar zu werden. Er entschloss sich mit 16 Missionar zu werden und er bekam eine Bibel geschenkt, auf die er auf die Vorderseite schrieb, no reserves, kein zurückhalten. Er war ein extrem gebildeter, sehr intelligenter junger Mann und seine Freunde dann am College sagten immer wieder, du willst Missionar werden, du schmeißt dein Leben weg. Du schmeißt dein Talent weg, deine Begabung. Abgesehen von dem Vermögen seiner Eltern. Und trotzdem blieb er dabei. Und er hielt fest an diesem Entschluss, ich will Missionar werden. Einige Jahre später fand sein Zimmergenosse in seiner Bibel einen zweiten Satz. Unter no reserves stand no retreats, kein Rückzug. William hatte plötzlich so eine große Leidenschaft, das Evangelium weiterzugeben und er nahm sich vor, nach China zu gehen und dort einem kleinen muslimischen Stamm das Evangelium zu sagen. Und um sich auszubilden, ging er erstmal nach Ägypten mit 25 Jahren, um Arabisch zu lernen. Und er war nicht lange dort, ich glaube es war ungefähr ein Monat, erkrankte an Meningitis und starb. Seine Freunde, die seine Bibel in die Hand nahmen, fanden, kurz vor seinem Tod einen dritten Satz, ein drittes Wort. Unter diesen drei stand jetzt no reserves, no retreats, no regrets. Kein Bedauern. Kein Bedauern. Aus menschlicher Perspektive ein weggeworfenes Leben. Der Junge standen alle Türen offen, seine Eltern unglaublich reich. Und er stirbt mit 25 Jahren irgendwo in Ägypten in seiner Ausbildung als Missionar für China. Echter Glaube ist selektiv. Merkt ihr das? Echter Glaube ist selektiv. Er hat ziemlich klare Präferenzen. Und manchmal trifft er echter Glaube Präferenzen, die aus menschlicher Perspektive nicht nachvollziehbar sind. Und das sehen wir auch in unserem Text. Schaut mal, was hier in Vers 24 steht. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen und zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. Indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens. Denn er schaute auf die Belohnung. Das ist beeindruckend, oder? Ich meine, wir müssen uns das mal bewusst machen, was Mose hier macht. Er war auf dem Weg, einer der reichsten und mächtigsten Männer der damaligen Welt zu werden. Auf ihn wartete ein Leben mit unbegrenzten Möglichkeiten. Ein Leben am Palast Ägyptens bedeute nicht nur einfach finanzielle Sicherheit. Das war purer Luxus. Und Reichtum. Ein Leben ohne Sorgen. Mit unzähligen Dienern, die dir jeden Wunsch von den Lippen ablesen. Alle Türen standen ihm offen. Alle. Und was tut Mose? Schaut mal auf das Wort, das hier in Vers 24 steht. Er weigert sich, Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Das heißt, er verzichtet auf dieses unglaubliche Leben. Und dann wird es noch verrückter, wenn wir Vers 25 lesen. Für was tauscht Mose das Leben am Palast ein? Vers 25. Und er zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. Bedeutet, Mose tauscht nicht einfach nur eine Machtposition gegen eine andere aus. Den einen Luxus gegen den anderen. Mose tauscht Luxus gegen Leiden. Palast gegen Wüste. Der Autor erklärt uns hier in Vers 26, wie es zu dieser krassen Entscheidung kam, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens. Denn er schaute auf die Belohnung. Ja, also Mose hatte also wegen seines Glaubens eine komplett andere Bewertung der Situation. Er hatte eine komplett andere Bewertung seiner Entscheidungsmöglichkeiten. Er wollte lieber mit Gottes Volk leiden, als den zeitlichen Genuss zu haben, weil er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens. Und wie konnte er das? Vers 26 Ende. Denn er schaute auf die Belohnung. Ja, Mose beurteilte seine Situation und die Entscheidung, die vor ihm lag, aus der Perspektive der Ewigkeit. Ja, diese Perspektive beeinflusste sein Herz so radikal, dass er zu dieser Entscheidung fähig war. Sein Glaube gab ihm die Fähigkeit, über die Schätze und den Luxus dieser Welt hinauszublicken, auf die Schätze Gottes, auf Gottes Wert selbst. Im Glauben sah er auf das, was noch kommt und ließ sich nicht blenden von den vergänglichen Schätzen Ägyptens. Er wollte lieber für Gott und mit Gottes Volk leiden, als vergängliche Freude erleben. Weil ewige, unvergängliche Freude auf ihn wartete. John MacArthur hat das einmal so gut zum Ausdruck gebracht, das ist die nächste Folie. Aus der Perspektive der Welt hat Mose alles für nichts geopfert. Aus der Perspektive Gottes opferte er nichts für alles. Durch Glauben schaute Mose nach vorne, auf das, was noch unsichtbar war. Und das, was er dort sah, begeisterte sein Herz so heftig, dass er Leiden für Gott in diesem Leben für besser hielt, als zeitlichen Genuss von Luxus und Reichtum. Weil er durch Glauben verstanden hatte, welche Entscheidung tatsächlich vor ihm lag. Nämlich zeitlicher Genuss oder unvergängliche Freude. Geschwister, es fällt mir unglaublich schwer, über so einen Text zu predigen. Weil ich glaube, dass es kaum einen Text in der Bibel gibt. Es gibt kaum einen Text in der Bibel, der uns das Herz lebendigen Glaubens so deutlich vor Augen malt wie dieser. Ich habe mich unter der Woche mit einem Freund über die Frage unterhalten, warum es so wenig lebendigen Glauben bei uns Christen gibt. Und vielleicht liegt hier die Antwort. Vielleicht, weil wir nicht so glauben wie Mose. Vielleicht, weil unsere Augen so schnell geblendet sind von Dingen, die vergänglich sind und die wir mit unseren Händen greifen können. Dinge, die uns für ein paar Momente das Gefühl von Glück vermitteln. Vielleicht, weil unsere Herzen so schnell fasziniert sind von Genuss, der vergänglich ist. Versteht mich nicht falsch, Genuss ist nicht das Problem. Genuss ist nicht das Problem. Wir dürfen und sollen die Dinge, die Gott uns schenkt, genießen. Ob es unsere Familie ist, gutes Essen, die Schöpfung, Beziehungen. Denn wir sind als Menschen dazu geschaffen, um zu genießen. Aber genau hier liegt das Problem. Dass wir eben so oft nicht über die vergänglichen Dinge dieser Welt hinausblicken und unsere Herzen so unglaublich schnell fasziniert und gefangen sind von der vergänglichen Schönheit, Freude und Bedeutung einer vergänglichen Welt. Wir sind viel zu leicht zufriedenzustellen. Unser Problem ist nicht Genuss, sondern dass wir andere Dinge mehr genießen als Gott. Das ist unser Problem. Und Glauben heißt, die Schönheit, die Größe und den Wert von Gott selbst zu erkennen und zu genießen. Glauben heißt nicht einfach, richtig über Gott zu denken. Es bedeutet, ihn selbst als besser, wertvoller und schöner zu erkennen und einzuschätzen als jeden Reichtum, jeden Genuss, den ich auf dieser Erde jemals finden könnte. Das bedeutet Glaube. Und deshalb müssen wir immer mehr zu Menschen werden, die Gott selbst in ihren Herzen jetzt schon als das Beste, Wertvollste und Erfüllendste genießen. Wenn wir das tun, entwickelt der Glaube eine Leidenschaft in unserem Leben, die uns anders fühlen, anders entscheiden und auch anders handeln lässt. Moses' Freude an Gott über das, was auf ihn wartete, war so groß, dass er diesen krassen Verzicht durchzog. Es war aus seiner Perspektive kein Verlust. Es war Gewinn, weil er vergängliche Freude gegen unvergängliche Freude eintauschte. Weißt du, manchmal reden wir auch so über den christlichen Glauben, auch wir als Christen. Oh, Christsein bedeutet so viel Verzicht, ich muss dann auf das verzichten und auf das verzichten. Ja, Christsein bedeutet manchmal Verzicht, aber weißt du, was auf der anderen Seite wartet? Unvergängliche Freude, unvergängliches Glück. Und wir tun manchmal so, als seien wir Christen irgendwie arm, als seien wir echt zu bemitleiden, weil wir verzichten müssen. Haben wir vergessen, dass Gott sich uns selbst schenkt, das bedeutet, auf Dinge in dieser Welt zu verzichten, bedeutet Christus zu gewinnen? Und dass er das Größte ist, was wir jemals gewinnen können? Das ist das, was Christiane uns in der Textlesung vorgelesen hat von Paulus, wo Paulus in Philippa 3 sagt, ich bewerte alles andere als Verlust, wenn ich es mit Christus vergleiche. Ich erachte es sogar für Dreck im Vergleich zu dem unermesslichen Wert, Jesus zu erkennen. Hat Jesus in deinen Augen diesen unschätzbaren Wert? Ich will dich wirklich fragen, siehst du seinen Wert? Wisst ihr, gerade in der Seelsorge trifft man immer wieder auf Menschen, die zu einem sagen, ja, aber Rudi, ich glaube doch an Jesus, aber trotzdem möchte ich so und so leben. Rudi, ich glaube an Jesus, aber trotzdem möchte ich so und so gehen. Und ich frage mich in diesem Moment, was bedeutet dieses Bekenntnis, ich glaube eigentlich? Zu sagen, ich glaube an Jesus, bedeutet nicht einfach nur einmal in seinem Leben, Ja gesagt zu haben zu ihm. Zu glauben an Jesus bedeutet, ihn immer und immer wieder als das Wertvollste, das Schönste, das Erfüllendste und das Größte zu erkennen, was es gibt. Das bedeutet, lebendig zu glauben. Und deswegen hat unser Glaube oft so wenig Einfluss auf unsere Entscheidungen, weil wir diese Dimension des Glaubens völlig verloren haben. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es so. Glauben bedeutet mehr, als einfach nur in seinem Kopf zu sagen, jo, ich glaube, was die Bibel sagt. Es bedeutet in seinem Herzen, Jesus als das Wertvollste, Erfüllendste, Schönste, Größte und Bedeutendste zu erkennen und deshalb Entscheidungen zu treffen, die genau das widerspiegeln. Das bedeutet zu glauben. Hat Jesus in deinen Augen diesen unschätzbaren Wert? Du kannst erkennen, ob du diese Frage mit Ja beantworten kannst, wenn du dir Moses Beispiel anschaust. Mose war bereit, für Jesus auf Komfort und Luxus zu verzichten. Er war bereit, auf Anerkennung, Macht und Sicherheit zu verzichten. Nicht, weil man das als Christ so macht, sondern weil Jesus es wert ist. Warum leben selbst bekennende Christen sehr oft mehr für sich selbst als für Gottes Reich? Warum verlieren Christen das Interesse für Gottes Sache und ihre Liebe zu seiner Gemeinde? Warum hat Jesus häufig so wenig Bedeutung und Wert dafür, wie ich lebe, wie ich entscheide, wie ich fühle, wie ich die Prioritäten meines Lebens ordne? Ganz einfach. In unseren Herzen, auch in den Herzen von Kindern Gottes, kann mit der Zeit eine Umwertung stattfinden. Wir verlieren den Blick auf Gott und auf Gottes Herrlichkeit und die Ewigkeit, die er für uns vorbereitet hat. Wir messen Jesus nicht mehr den Wert und die Bedeutung zu, die er doch eigentlich hat. Mach mal mit mir ein Gedankenexperiment. Stell dir vor, Jesus würde heute Nachmittag zu dir kommen, dich an deine Hand nehmen und dir 15 Sekunden, 15 Sekunden in seiner Herrlichkeit geben. 15 Sekunden vor seinem Thron. Meinst du, das würde dein Leben verändern? Meinst du, du würdest anders entscheiden? Meinst du, du würdest andere Prioritäten setzen in deinem Leben? Ich glaube schon. Aber weißt du was? Jesus wird dir keine 15 Sekunden geben. Jesus hat vor, dir eine komplette Ewigkeit zu geben. Jesus hat vor, dir eine komplette Ewigkeit in seiner Herrlichkeit zu geben. Aber Glauben bedeutet, jetzt schon diese Herrlichkeit zu sehen. Und deshalb frage ich dich, hast du diese Herrlichkeit, seine Schönheit, seine alles überragende Größe erkannt? Hast du sie gesehen? Ich glaube leider, wenn ich mein eigenes Leben ansehe, dass ich oft so lebe, als hätte ich diese Herrlichkeit noch nie erblickt. So oft ist mein Herz eben nicht genug von seinem Wert und seiner Bedeutung überzeugt. So oft ist mein Herz fasziniert von anderen Dingen und eben nicht von seiner Größe. Was sind die Schätze Ägyptens in deinem Leben, die dein Herz so sehr einnehmen, dass Jesus immer mehr in den Hintergrund gerät? Wisst ihr, es müssen gar keine krassen, sündigen Dinge sein. Es können Gaben sein, die Gott uns geschenkt hat, die wir auf einen Thron setzen, auf den sie nicht gehören. Was sind die Schätze Ägyptens in deinem Leben, die Jesus dich durch diesen Text auffordert, hinter dir zu lassen? Ich will dich fragen, wenn du eines Tages von dieser Erde gehst, wenn du morgen von dieser Erde gehen musst, wofür wirst du bekannt sein? Als Mensch, der hier Schätze gesammelt hat, die er nicht mitnehmen kann? Oder als Mensch, der in Schätze investiert hat, die er niemals verlieren kann? Als was wirst du bekannt sein? Ich hoffe so sehr, dass du für dich Jesu Wert neu erkennst und dass du dann bereit bist, die Schätze Ägyptens, die dich daran hindern, mehr von ihm in deinem Leben zu haben, zur Seite schiebst. Echter Glaube sieht mehr. Er ergreift Gottes Berufung für unser Leben, er erkennt Gottes Wert und sieht auf Gottes Lohn und deshalb vertraut er auch auf Gottes Zusagen der Rettung im Hier und Jetzt und das ist das Letzte, was wir in diesem Text sehen, nämlich rettendes Vertrauen. In Vers 28 heißt es über Mose, durch Glauben hat er das Passa gefeiert und die Bestreichung mit Blut ausgeführt, damit der Verderber der Erstgeburt sie nicht antastete. Mose bekam den Auftrag von Gott, das erste Passa einzusetzen. Gott hatte Ägypten mit furchtbaren Plagen durchzogen, jetzt würde die letzte Plage eintreffen. Alle erstgeborenen Söhne würden sterben. Nur die Söhne würden am Leben bleiben, deren Väter die Türrahmen ihrer Häuser mit dem Blut eines Lammes bestrichen hatten. An diesen Häusern würde der Engel des Todes vorbeigehen. Und von außen betrachtet könnte man denken, was soll das für ein Plan sein? Wie soll mich das Blut eines Lammes vor dem Engel des Todes retten? Aber Mose gehorchte. Er führte Gottes Befehl aus und das bedeutete Rettung für Israels Erstgeburt. Rettung vor dem Gericht Gottes durch das Blut eines Lammes. Mose musste dem Wort Gottes vertrauen. Die Israeliten mussten der Zusage vertrauen, dass das Blut des Lammes ausreicht. Für die Ägypter, wo muss ich das mal vorstellen, für die Ägypter muss das eine absolut komische Situation gewesen sein. Seit einigen Wochen ist ordentliches Chaos im Land los wegen der Plagen und plötzlich fangen die Juden an, ihre Türfos mit Blut zu bestreichen und sagen dann auch noch den ägyptischen Nachbarn, das wird helfen. Dieses Blut wird uns retten. Die Ägypter sahen das nicht. Für sie war das einfach nur ein gewöhnliches Tier, das dort sterben musste. Ein ganz gewöhnliches Tier. Die Welt, die Welt sieht am Kreuz von Golgatha nicht mehr als einen gescheiterten Religionsführer. Sie sehen vielleicht einen guten Mann, der tragischerweise gestorben ist, der tragischerweise hingerichtet wurde. Sie sehen vielleicht ein Vorbild für Hingabe und Opferbereitschaft, aber nicht mehr. Was siehst du am Kreuz? Was siehst du am Kreuz? Etwas, das gar keinen Sinn ergibt oder Gottes atemberaubende Weisheit? Siehst du etwas, was verachtenswert ist, bemitleidenswert oder siehst du einen König, der deine komplette Anbetung verdient? Als Kinder Gottes sehen wir so viel mehr, oder? Wir sehen auf das Kreuz und sehen darin die Offenbarung von Gottes Liebe und Gerechtigkeit. Wir sehen in Christus das Lamm Gottes, das stellvertretend für uns geopfert wurde, um die Strafe für unsere Sünde zu tragen. Wir sehen in ihm die einzige Rettung. Wir erkennen durch Glauben, dass das Blut dieses Lammes ausreicht. Dass wir nichts dazu beitragen können und auch nicht müssen. Wir erkennen es durch Glauben und rufen vereint in Anbetung mit allen Gläubigen aller Zeiten würdig das Lamm, das geschlachtet worden ist. Zu empfangen Macht und Reichtum und Lobpreis. Jesus, das Lamm Gottes, ist der viel größere Mose. Er blieb nicht in der unvergänglichen Herrlichkeit seines Vaters, sondern kam in sein Eigentum. Er hielt nicht fest wie ein Raub den Reichtum seines Vaters, sondern machte sich zu nichts. Er identifizierte sich aufs Äußerste mit seiner Schöpfung. Er entschied sich dazu in eine Welt zu kommen, die ihn von Anfang an ablehnte und seinen Tod wollte. Er lebte ununterbrochen im Angesicht seines Vaters und erfüllte seine Berufung. Er ging ans Kreuz und vergoss sein Blut stellvertretend für dich und mich. Und hier kommt etwas Unglaubliches. Ein Kapitel später in Hebräer 12, da lesen wir folgendes über Jesus. Hebräer 12, Vers 2, dass er wegen der vor ihm liegenden Freude das Kreuz erduldete. Was für eine Freude war das, die Jesus durch seine gesamten Leiden hindurch Kraft gab, die ihn am Kreuz hielt. Klar, es war zum einen die Herrlichkeit beim Vater, die ihn erwartete. Aber es war noch etwas anderes. Und zwar du. Du und ich. es war die Freude Jesu, viele Söhne und Töchter zu Herrlichkeit seines Vaters zu führen, erfahren wir im Hebräerbrief, die ihn all diese Leiden ertragen ließ. Jesus machte dich und mich unsere Erlösung zu seiner Freude. Wir sind sein Lohn. Und weil er das tat, erwartet uns eine riesige Freude, eine unvergleichliche Herrlichkeit, die eines Tages unser Herz in der Gegenwart unseres Vaters erfüllen wird. Gott wird sich eine Ewigkeit lang sich selbst uns schenken mit seiner Herrlichkeit und Größe. Und dieser Anblick wird alles andere in den Schatten stellen und unsere Herzen mit so großem Jubel erfüllen, dass wir vor Glück weinen und tanzen werden. Lass mich dir etwas verraten. Du wurdest geschaffen für eine Freude, die diese Welt nicht geben kann, die aufregender und erfüllender ist als alles, was diese Welt zu bieten hat. Du und ich, wir wurden nicht für vergängliche Freude oder zeitliches Glück geschaffen. Du wurdest geschaffen für maximales Glück. Ich meine das wirklich ernst, du wurdest geschaffen für maximales Glück. Und doch glauben wir immer wieder der Lüge, dass das, was wir hier an Freude und Glück erleben können, alles ist. Diese Welt bietet dir eins, vorübergehende Glücksmomente und Befriedigung, die in dir das Gefühl von Freude kurzzeitig auflackern lassen. Aber ich will dir sagen, die vergänglichen Freuden dieser Welt werden dein Herz niemals zur Ruhe bringen. Sie werden dich immer und immer wieder leer zurücklassen. Ja, sie werden dich sogar zerstören. Mose stand auch in der Gefahr dieser Lüge zu glauben, dass dieses Leben alles ist. Und glaub mir, Mose hat das nicht einfach so gemacht. Er hat sich den Luxus angeschaut. Er hat sich die Möglichkeiten angesehen, die ihm Ägypten bietet. Aber dann blickte er weiter. Er blickte auf Gott. Das war die Alternative. Und die Alternative, die er erlebte und die wir erleben dürfen, war nicht eine Freude, die irgendwann in der Zukunft auf uns wartet, sondern Mose erlebte durch Glauben jetzt schon diese Freude. Deshalb konnte er so radikal verzichten. Christ zu sein bedeutet jetzt und für immer die herrlichste und genialste Freude zu erfahren, auf die unser Herz jemals hoffen könnte. Und deshalb will ich dich ermutigen, vertraue ihm, der sein Leben für dich gab. Vertraue diesem König, der dich selbst zu seiner großen Freude machte, um dich mit echter Freude zu beschenken, die niemals vergeht. Und nochmal möchte ich am Ende der Predigt dir diese Frage stellen. Wenn du eines Tages von dieser Erde gehst, und das wirst du, ob mit 25, wie William Borden, oder mit 90. Aber wenn du von dieser Erde gehst, wofür wirst du bekannt sein? Als Mensch, der hier Schätze gesammelt hat, die er doch nicht mitnehmen kann? Oder als Mensch, der sich in Schätze investiert hat, die er nicht verlieren kann? Und ich hoffe für dich und mich das Letzteres für uns gilt. Gott segne dich. Amen.